Moin Leute und Willkommen zu einem weiteren Call of Duty Video und zwar wäre eigentlich heute der Counter-Strike Tag aber ich habe erfahren dass man erst auf Stufe 3 leveln muss und ich habe die Woche gar keine Zeit gehabt irgendwie auf Stufe 3 zu leveln von daher habe ich mir gedacht wir zocken heute noch mal eine Runde Call of Duty und zwar bin ich auch nicht alleine ich habe wieder den geliebten Spieler dabei hallo ja und wir haben uns gedacht wir spielen heute mal den Core-Modus und zwar Team Deathmatch oder wie sieht es aus? Das war mein Einsatz. Ja. Dann mal los. Oh da geht es ja direkt um. Bitte mit dir ist das schon angefangen. Instant. Und äh wir spielen zwei, drei Runden wir gucken mal wie schnell das hier geht und ja. Es ist ein kleines Video wie die eben sitzt da. Ja kleines. Oh ne es ist, es hat auch immer vorherigen. Ja. Weiß ich. Oh wo ist die Maus? Oh Gott. Huh. Huh. Geht aber da nicht los. Das ist wenn es leht. Wenn es leht. Wenn es leht. Wenn es leht. Hehehe. Oh Gott. Achso ist, ist gerade losgegangen. Oh ok dann passt das hier. Ja. Team Stopp. Nein. Oh ich bin zu. Easy peasy. Hehehe. Wow, das ist englisch. Oh lol. Uh, da war ein Tracker. Ja. Huh. Ich hab grad gedacht. Ich hab mich eigentlich über den gesehen. Oh, er hat eine Tracker. Boah, alter. Boah, er schneit mich weg. Guck mal erstmal die Shotgun hier raus. In dem Gebäude. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir kommen die Pader, die im Auto. Oh Gott. Oh Gott. Alter. Das gibt's doch nicht. Ich treffe überhaupt nichts. Ich hab nichts. Ja, mit der Scheiß Shotgun, was ist denn hier los heute? Ich hab mich am Montag. Hehehe. Hehehe. Alter. Klappt ja gar nix hier, Old. Oh, natürlich. Wu. Dann ist grad auf dem Desktop. Hehehe. Oh Gott, nein. Es ist schön leichter. Hehehe. Da willst du mich ver... Verarschen. Oh ja, ich hab auch einen Ping von 200. Ha, ha, ha. Vielleicht sollte ich nebenher kein Video hochladen. Hehehe. Klappen, was willst du nicht? Woh, weh. Was machst du da? Idee. Der Battleground. Der übliche Sendeplan. Jetzt weiß ich auch Rom, das hier ab und zu mal leckt. Bei uns 200 per... 200er wegen. Und Schock. Hab ich dir das schon gestern mit der DAL erzählt? Der Appetit, Chantakeller, und... Hehehe. Oh, der hat erst selber Düb. Hab ich dir das gestern mit der DAL erzählt schon? Kam der Päckchen und dich an? Ja, pass auf! Und zwar... Oh! Und zwar... Oh, na toll. Ah... War mir ja den ganzen Tag zu Hause. Und... Ja, DAL kam so um 12 Uhr. Hatte Päckchen für meine Schwester dabei. Aber für mich nix. So, und dann später so um... 3... 3 Uhr war das. 3 Uhr. Kriegt auf einmal eine E-Mail, ja... Er folgt eine Zweitzustellung. Sie war nicht zu Hause. Bin ich erst mal ein bisschen ausgerastet. Was das soll. War doch zu Hause! Hat keiner geklingelt! Nichts, gar nichts! Einfach nur E-Mail, ja... Es erfolgt ein zweiter Zustelltag. Am nächsten Werktag, ja... Wenn sie mal nicht streiken würden, wär eigentlich heute gewesen. War ja keiner anwesend. Ah! Der Michi, was los mit mir zwei zu Hause ist. Ich hab doch gesagt, es war einer der Ping-Gail-Fext ein bisschen. Huh! Ich glaub, ich hätte das vorher machen müssen. Oder danach. Ja, bis zum nächsten Tag. Ja, beziehungsweise danach. Aber hab ich grad selber nicht gedacht. Vielleicht sollte ich aber auch mal hier... Den Stream nebenbei mal ausschalten. Loll. Alter, 4 zu 8, ey. Der ist doch nicht wahr. 372 Ping. Ich hab gar keinen AIM mehr mit der MP7. Krieg überhaupt gar nix gebacken. Aber da bin ich auch glaub ich selber schuld. Die Nice. Mein Team ist ja auch nicht. So krieg ich schon. Boah! Boah! Uh! Das hat aber mega geleckt. Na, und zum Echten hoch, glaube ich auch. Das wird die Leggy Episode. Double Kill. Nein, natürlich. Nein, natürlich. Das wird die Leggy Episode. Die etwas Leggy Episode. Oh nein, jetzt leckt. Leckt. Wollen wir mal grad hier den Stream ausschalten. Hunter Killer und Juhl. Wie? Boah! Diese scheiße Schotten ist da. Mein Stream auf Pause gestellt. Mal gucken, gleich geht's jetzt was... Bisschen besser. Hast du den bei den Streamern gehabt? Ja, nebenbei hab ich schon ganz normale Streamern gehabt vom Modi. Aush. E-Z! Hach, meine KD. RIE-D! Ich hab gar nix... GAR NICHTS. GAR NICHTS. GAR NICHTS. GAR NICHTS. GAR NICHTS gerissen hier. 5 zu 8. GOOL! Oh mein Gott, flying here is too lecker. Passiert. Nein. Oh nein. Wieder Kinder unterwegs hier. Random. Random. Nein. Random. Komm schon. Leck, und dabei ist die DHL bei uns in der Arbeit vorbeigefahren, hat uns sogar Pakete gebracht. Da habe ich nachgefragt, wie das aussieht. Ja, liefern sie auch da oben hin? Ja. Ne, mein Kollege. Kollege. Ja, ne, ist klar. Scheiße. Kann man lieber zu meiner Arbeit. Lass mal lieber zu meiner Arbeit. Zum Gegnerteam gibt es einen der heißt Ginterboot. 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 Du fand. Oh, komm, ja. Ok, schon gleich hier fuhren. Ich habe ja auch gesehen. Oh Gott. Walsch. Hier mal ein paar alte OP-Waffen aus, ob man noch OP ist Naja, hilft nicht wirklich Stream ausschalten Ah... Iiii, da ist immer nur der Clamer eingegangen Boah, Alter, hinter mir Verarschen Du Jaa Boah, Alter, diese scheiß Mapix Boah, mit der MP irgendwie Wo kommt er? Von da oben, pass auf Wo kommt er da oben? Alter Hängen die da hinten an der komischen Kante Boah Irgendwie hab ich den gekillt Ha Wuh Alter Ah Ah So ein Kappesee Alter Ich hab 1-2-3 und eigentlich hab ich mit der Clamer gemacht Ah, das gibt's doch nicht Da gammelt der mit seiner dämlichen Scheiß-Sniper rum Schnaiper Und schnippelt mich da weg Mit seiner Schnaiper Ey, die M27 ist so präzise 2 zu 10, Alter, wiechen Ja, ey, so schlecht Aber ich hab auch in normalen Verzögerungen, das äh... Merk ich Ausreden, ausreden Guck's dir an, dann Ich hab hier Verzögerungen Alter, dieser Sniper-Züte ist ja schon ein bisschen übergekommen Oder er kann ich den Upload nicht, äh, pausieren Boah, ich bei dir da ist aber War der schon tot Okay Alles Ich lege ihn weg Alter, diese Scheiß-Sniper Ja, ja, der Typ, ey, der ist krass Ah, natürlich Er trifft uns alle Auf und Auf die Distanz Ja, owy Oh, mit der MP Die MP die so unpräzise In die M27, die sind immer ja aber nicht im fernkampf doch sie ist so präzise gehen irgendwie weggeleckt macht's weil es nicht den Hype Damager ist mega oh es regnet draußen ja, so gut ist es gar nicht früh den ganzen Tag am regnen und die Wien und die Wien ach komm schon weil das am Ding hast ist besser oder wie boah shit Danke, Merzix, du gemeldet. Immer noch eine Runde dran. Ja, natürlich. Ging halt so schnell. Knife Runner? Ohi. Oh my God, Scuff Jumper. Ich glaube, ich muss die Leute mal abschalten, komplett. Ich glaube, ich habe auch schon alle gemütet. Geht mir, peace. Weiter geht's. Naja, hijack, ne, Mama? Ist zwar ein bisschen scheiße bei mir, aber egal. Ich tacke doch besser als die 5. M27 hat gewisse Kieze. Uh. Schnell 10 nehmen und schnell das Waffenwechsel am Anfang. Überbruch. Komm schon. Gib mir, hijacked. Sehr schön. Ich wollte gerade den Emblem angucken, da du irgendwo reingekommen hast. Ja, ich versau mir den hier gerade. Durch die Scheiße. Ach. Versau mir hier die KD gerade. Aber der hättest du 15 Minuten früher anklopfen sollen. Bitte. Was war? Ich habe dich gerade nicht verstanden, oder? Der hättest du 15 Minuten vorher anklopfen sollen. Hättest du auch keine Aufnahme gemacht. Hättest du auch keine Aufnahme gemacht. Hättest du auch keine Aufnahme gemacht. Hättest du auch nicht hochgeladen. Hättest du auch nicht hochgeladen. Aber du warst ja gerade offline, und auch immer warst du wieder online. Hab ich gedacht. Oh ja. Ja, ich bin schon vor PC-U-Fallem oder Du-Fallem-Fallem. Hättest du auch nicht hochgeladen. Verstehst du es? Alter, aber um zu zut. Hu! Ah! Oh! Naja, immerhin ist der Ping besser als vorher. Als in der ersten Runde. Drei Assists. Nice. Das ist strong. Ah, von wo bitte? Da, ja. Ah, kuckett. Da oben steht noch einer mit der S12. Ah, ich hab die M27. Okay, 312. So unpräzise, Mann. Die Waffe ist mega. Da hast du nur kein Reflex oder so drauf, wenn du sie leuchten müssen. Ja, aus Entfernung ist die unpräzise. Die M27, die verzieht kein DC. Die ich habe. So, was hast du nun? Wird gar nicht. Glaub ich. Ja, natürlich. Natürlich, durch den Leck. Klebt die Granate natürlich an mir. Schreckige Dreckscheiße. Ja, klar, ey, mit der... Oh, jetzt kann ich ragen. Wie kann man bitte die Drei-Schuss-Shotgun benutzen? Die S12 schlimmer. Das ist lächerlich. Oh, und ich treffe noch nicht mal. Was soll denn das? Ah, Call of Duty ist eben das, was Call of Duty ist. Mensch, Mensch. Guck mal. Jetzt Este... Geil, und der Regen hab' ich die Halle genommen. Ja, der kämmt unten mit der... ... Triple Fat Gun da... ... ... Jetzt kommt er hoch, ich weiß. ja das war so klar ey du alter auf das niveau lasse ich mich nicht nach kann die cod community die sie selber machen nicht mit mir ja hey diese schön vorgeheizt e-oh ne ne alter 5 zu 10 aber wir brauchen die keine community das ist schon seit dem lüte und das was wir tun Prozent dieser Treppe die Exer ich schaue ich schaue der regt mich so auf wie er legt mich doch er steht die ganze Zeit da unten und schießt mit einer Schott gern und mit dem letzten Schuss töten letzten Schuss töte der mich mit dem letzten Schuss ja immer mit dem letzten Schuss weil er so ein Pro ist und benutzt so ein Triple Kacke Kinder da jetzt schon wieder ein so sehr aufgeregt so gut in dem Spiel weißt du wo ich fast meine 100 Kiste das Spiel er hat ja genau das KTG genau so er guckst du only noob weapons ja verzögerung bei mir bitte bis der erst mal da rauskam hat er mich schon gekillt ey so ein fuck shit naja so ich will hier raus na gut weil es euch die folge gefallen hat dann denkt bitte dran einen daumen nach oben zu geben oder ein netzes kommentar zu hinterlassen und wir sehen uns das nächste mal ich bin der mich die man achso ja hallo ich bin der spieler ciao